Kartenzahlungen werden immer beliebter. Laut einer Studie der Bundesbank wurden im Jahr 2017 21% aller Zahlungen mit einer Karte abgewickelt. 2020 waren es bereits 30%. Dabei erfolgten 23% aller erhobenen Kartenzahlungen im Jahr 2020 mit einer Debitkarte und nur 6% mit einer Kreditkarte. In diesem Video zeigen wir euch die Unterschiede zwischen Debit und Kreditkarten und erklären dir die Vor- und Nachteile beider Kartentypen. Außerdem sagen wir dir, wann und für wen sich eher die Debitkarte eignet und wann eine Kreditkarte sinnvoll ist. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Unsere Empfehlungen für Debit und Kreditkarten findest du unter dem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Sowohl bei den Debitkarten als auch bei den Kreditkarten gibt es wichtige Unterschiede. Bevor wir zu den Vorteilen und Nachteilen der Kartenarten kommen, zeigen wir dir zunächst die verschiedenen Arten. Die Debitkarte Bei Debitkarten erfolgt die Abrechnung umgehend. Bezahlst du mit ihr, wird der entsprechende Betrag innerhalb von ein bis zwei Bankarbeitstagen von deinem Girokonto abgebucht. In Deutschland gibt es aktuell drei Debitkarten. Die Girocard, die Visa-Debitkarte und die Mastercard-Debitkarte. 1. Die Girocard Die bekannteste und in Deutschland verbreiteste Debitkarte ist die Girocard. Sie wird oft noch als EC-Karte bezeichnet, aus der sie 2007 hervorgegangen ist. Sie bringt zwei große Nachteile mit sich, die Grund dafür sind, dass sie nach und nach an Bedeutung verliert. Sie ist 1. Nicht online nutzbar und 2. Ohne einen Partner wie Mastercard mit dem Maestro-System und Visa mit dem V-Pay-System auch nicht im Ausland einsetzbar. Mastercard hat bereits angekündigt, dass das Maestro-System ab Juli 2023 eingestellt wird und ausgestellte Girocards mit Maestro-Zeichen nur noch bis zu ihrem Ablaufdatum im Ausland funktionieren. Zudem geben einige Banken aufgrund der Nachteile keine Girocards aus oder führen Gebühren für sie ein, wie zuletzt die DKB und die ING. Neben der Girocard gibt es die Visa- und die Mastercard-Debitkarten, die sich sowohl online als auch im stationären Handel weltweit einsetzen lassen. 2. Visa- und Mastercard-Debitkarten In den letzten Jahren verbreiteten sich in Deutschland die Debitkarten von Visa und Mastercard immer mehr. Sie werden fälschlicherweise häufig auch als Kreditkarten bezeichnet, obwohl sie keinen Kredit geben. Wie bei der Girocard werden Beträge zeitnah einzeln vom Konto abgebucht. Die Visa- und Mastercard-Debitkarten werden häufig von Direktbanken und Neobanken ausgegeben. Der Grund ist, dass Banken wie die DKB oder die ING kaum Geldautomaten für die Bargeldversorgung zur Verfügung stellen. Deren Kunden sind daher auf die Automaten anderer Banken angewiesen. Nutzen die Kunden dafür die Girocard, berechnen die fremden Banken bis zu 4,50 Euro je Abhebung. Bei Visa und Mastercard legt aber nicht die Bank den Preis fest, die den Automaten betreibt, sondern Visa bzw. Mastercard. Bei Visa beträgt die Gebühr z.B. knapp 1 Euro, die in fast allen Fällen deine Direktbank übernimmt. So, dass du kostenlos Geld abheben kannst. In manchen Fällen sogar weltweit. Mit den Debitkarten kannst du auch in verschiedenen Geschäften Geld abheben. Möglich ist das beispielsweise bei Aldi Süd, DM-Drogeriemarkt und weiteren. Die Vor- und Nachteile der Visa- und Mastercard-Debitkarten Vorteile In der Regel kostenlos, auch bei schwacher Bonität erhältlich, je nach Anbieter mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay möglich, weltweit im Inland und Ausland einsetzbar, Online-Zahlungen sind möglich, Cashback und Rabatte bei Einkäufen sind möglich und Kostenkontrolle, da nur so viel Geld ausgegeben werden kann, wie auf dem Konto ist. Nachteile Bei Autovermietungen und Hotels kann es mit Debitkarten zu Problemen kommen, Rewards und Cashback-Programme sind seltener als bei Kreditkarten, kein Kreditrahmen für mehr Flexibilität und aktuell noch geringere Akzeptanz in Deutschland im Vergleich zur Girocard. Kreditkarten Bei der Kreditkarte erhältst du, wie es der Name schon sagt, einen Kreditrahmen, den du flexibel nutzen kannst. Die wichtigsten Anbieter in Deutschland sind Visa, Mastercard und American Express. Daneben gibt es noch Deines Club, allerdings ist deren Akzeptanz stark eingeschränkt. Mastercard und Visa-Kreditkarten werden über Banken ausgegeben, die auch die Konditionen bestimmen. Die können stark variieren, weshalb du unbedingt vergleichen solltest. Insbesondere Kreditkarten der großen Filialbanken können teuer werden und bieten trotzdem nur selten attraktive Leistungen. Auf diesem Kanal stellen wir übrigens einige attraktive und vor allem kostenlose Kreditkarten vor und vergleichen sie miteinander. Unter dem Video verlinken wir dir zudem auch unseren Kreditkartentipp. American Express Kreditkarten werden von American Express selbst herausgegeben, sodass die Konditionen für jeden gleich sind. Bei Kreditkarten unterscheidet man grundsätzlich zwischen Chargekarten und Revolvingkarten. Chargekarten werden einmal im Monat abgerechnet und der Saldo in den meisten Fällen per Lastschrift vom Girokonto abgebucht. Die Nutzung des Kreditrahmens ist kosten- und zinsfrei. Revolvingkarten werden ebenfalls monatlich abgerechnet. Bei der Rückzahlung des Saldos hat man hier aber zwei Möglichkeiten. Ebenfalls die Rückzahlung in einer Summe, durch die, wie bei der Chargekarte, keine Zinsen anfallen oder die Rückzahlung in Teilbeträgen. Bei der Teilrückzahlung fallen allerdings hohe Zinsen an. Die Vor- und Nachteile von Kreditkarten Vorteile Zusätzliche Liquidität durch kurzfristigen zinsfreien Kredit Im Ausland einsetzbar Je nach Anbieter mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay möglich Zusatzleistungen wie Versicherungen möglich Und Rabatte, Rewards-Programme und Cashback sind sehr verbreitet Nachteile Bei falschem Umgang droht Kostenfalle Bei manchen Anbietern hohe Kosten Und bei schwacher Bonität nicht erhältlich Die Unterschiede zwischen Girocard, Debitkarte und Kreditkarte im Überblick Anbieter Girocard Girocard mit Maestro oder V-Pay Debitkarte, Mastercard und Visa Kreditkarte, American Express, Mastercard, Visa und Diners Club Konto unabhängig erhältlich Girocard, nein Debitkarte, nein Kreditkarte, ja Umsatzverrechnung Girocard, Abbuchung in 1-2 Tagen Debitkarte, Abbuchung in 1-2 Tagen Kreditkarte, Abrechnung einmal pro Monat Kredit Girocard, kein Kredit, Kontostand bestimmt Limit Debitkarte, kein Kredit, Kontostand bestimmt Limit Kreditkarte, Kreditrahmen wird nach Bonitätsprüfung festgelegt Kosten Girocard, kostenlos bis 12 Euro pro Jahr Debitkarte, in der Regel kostenlos Kreditkarte, je nach Karte und Zusatzleistungen sehr verschieden Akzeptanz Girocard, Deutschland Mit Maestro-Symbol weltweit Mit V-Pay europaweit Einschränkungen bei einigen Autovermietungen und Hotels Debitkarte, weltweit In Deutschland teilweise Einschränkungen Bei einigen Autovermietungen und Hotels Einschränkungen Kreditkarte, weltweit, in Deutschland teilweise Einschränkungen Online-Zahlungen Girocard, nein Debitkarte, ja Kreditkarte, ja Apple Pay und Google Pay Girocard, aktuell nur bei Sparkasse, Girocard mit Mastercard-Funktion Debitkarte, ja Wenn von Bank unterstützt Kreditkarte, ja Wenn von Bank bzw. Kartenanbieter unterstützt Zusatzleistungen Girocard, keine Debitkarte, in einigen Fällen Cashback Kreditkarte, Meilen, Cashback und Versicherungen Und weitere Vorteile möglich Girocard, Debitkarte und Kreditkarte Für wen lohnt sich was? Am weitesten verbreitet in Deutschland ist nach wie vor die Girocard und das trotz all ihrer Nachteile Mit ihr hast Du beim bargeldlosen Bezahlen die größte Akzeptanz in Deutschland Sie wird allerdings bei vielen Banken nach und nach nicht mehr herausgegeben Wenn das Maestro-System ab Juli 2023 eingestellt wird, ist sie zudem noch unattraktiver, dass sie dann nicht mehr weltweit eingesetzt werden kann Dieser Trend wird vermutlich auch den Handel beeinflussen So, dass Visa und Mastercard in Zukunft eine noch breitere Akzeptanz im Handel finden werden Unter dem Video verlinken wir Dir ein Konto, mit dem Du weiterhin eine kostenlose Girocard dazu erhältst Immer häufiger werden die Debitkarten von Mastercard und Visa ausgegeben Gegenüber der Girocard bietet sie große Vorteile in der internationalen Akzeptanz und der Möglichkeit online zu bezahlen Du kannst sie in allen großen Supermarkt und anderen Handelsketten sowie auch grundsätzlich sehr oft im Einzelhandel einsetzen Sie sind zudem auch für Menschen erhältlich, die keine echte Kreditkarte bekommen können oder wollen Bei kleineren Händlern, vor allem in ländlicheren Gebieten, kann es aber zu Einschränkungen kommen Unsere Empfehlung für ein kostenloses Girokonto mit Gratis Visa Debitkarte findest Du ebenfalls unten in der Beschreibung Die echte Kreditkarte gibt Dir einen größeren finanziellen Spielraum, Cashback und Meilenprogramme und in einigen Fällen auch kostenlose Reiseversicherungen Du kannst sie weltweit einsetzen, manche sogar kostenlos Mit ihnen hast Du auch bei Autovermietungen und Hotels keine Akzeptanzprobleme Bei Debitkarten kann es hier bei einigen Anbietern zu Problemen kommen Unter dem Video findest Du unseren kontounabhängigen Kreditkartentipp ohne Jahresgebühr und mit der Möglichkeit weltweit kostenlos Bargeld abzuheben und Bargeldlos zu bezahlen Habt Dir das Video gefallen? Dann lass uns doch einen Daumen hoch da! Wir würden uns sehr freuen! Und wenn Du noch Fragen zum Thema oder einen Video Wunsch hast, dann schreib uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!